Hey Leute und willkommen zurück auf dem Rustcraft zu einem weiteren Video. Heute will ich euch erklären, wie ihr auf jeden Minecraft-Server der Welt OP-Rechte bekommen könnt. Ganz wichtig ist, es funktioniert nicht auf allen Computern. Es funktioniert nur auf einigen Computern, daher ich garantiere nicht, dass es bei euch funktioniert. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Und die zweite Sache, damit es bei euch richtig funktioniert, müsst ihr als allererstes meinen YouTube-Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben, sonst wird es gar nicht erst funktionieren. Aber das Ganze ist sehr einfach, es funktioniert mit allen Servern der Welt. Ich werde euch das mit dem DeoGraph Frankfurt 2099-Server zeigen und ja, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen, ich bin gerade auf diesem Server schon drauf, wo ich OP-Rechte bekommen will. Das ist der DeoGraph Frankfurt 2099-Server. Und wenn ich hier jetzt eingebe, kick the Mario's Craft, passiert nichts. Ich habe keine Berechtigung. Aber wir werden sehen, dass nach einer kurzen Zeit das jetzt funktionieren wird. Als allererstes müssen wir uns ein neues Textdokument erstellen. Ein ganz normales Windows-Textdokument. Das müssen wir umbenennen auf mc-server-hack. Alles groß geschrieben. Dann, wenn wir das öffnen, müssen wir als allererstes die IP eingeben von dem Server. In meinem Fall will ich OP-Rechte auf diesen Minecraft-Server hier bekommen. Darunter müssen wir jetzt einfach unseren Spielernamen reingeben. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir mindestens einmal mit diesem Spielernamen auf diesem Server waren. Wenn wir das noch nicht gemacht haben, dann wird es auch nicht funktionieren. Und zweiter ganz wichtiger Punkt ist, es muss euer Minecraft-Name sein. Es muss ein Java-Account sein. Es muss kein Premium-Account sein. Wenn ihr einen alten Account habt, reicht das auch schon. Wenn ihr damit einmal drauf seid mit eurem Account, auch wenn es ein Alt war, könnt ihr hier drauf. Und schon habt ihr dann die Rechte danach. Darunter müsst ihr einmal die Server-Version eingeben. Also die Minecraft-Java-Version. Das ist in dem Fall 1.16.5. Es kann alle mögliche Versionen sein. Aber das hängt natürlich von dem Server ab, wo ihr die Rechte bekommen wollt. Und darunter müsst ihr jetzt einfach eingeben, was ihr haben wollt. In diesem Fall wollen wir Operator bekommen. Mehr müsst ihr nicht eingeben. Im Operator. Und fertig. Damit weiß der Server, dass wir OP-Rechte bekommen wollen. Okay, und jetzt müssen wir einfach die Datei speichern. Und wir können das Ganze schon schließen. Und jetzt müssen wir ein paar Minuten warten. Und mit ein bisschen Glück haben wir auf den Minecraft-Server bald OP. Wir gucken jetzt mal in Minecraft vorbei. Und gucken, ob das Ganze funktioniert hat. So, ich bin jetzt wieder auf dem Server drauf. Und jetzt kicke ich mich selbst. Und dahinter schreibe ich noch einfach einen Grund. Und wir sehen, es funktioniert jetzt. Ich kann mich selbst kicken. Und das bedeutet, ich habe OP auf dem Server. Das war es auch mit diesem kleinen Tutorial, wie ihr OP-Rechte auf jedem Minecraft-Server der Welt bekommen könnt. Bitte nutzt das nicht aus. Und wie gesagt, wenn es bei euch nicht funktioniert, es kann sein, dass es einfach auf Augenkommission nicht funktioniert. Nutzt die Rechte nicht auf dem Server aus. Denn denkt dran, für die Server-Owner ist das ein großer Aufwand. Aber trotzdem, ihr könnt OP-Rechte haben. Und ja, macht, was ihr wollt damit. Aber wie gesagt, nutzt sie nicht aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Und ciao, Leute.